Was geht ab Leute, Sane ist wieder da, heute mit dem Review zu One Piece Kapitel 970 mit dem Titel Odin vs Kaido. Und es ist endlich soweit, wir sehen den lange erwarteten Kampf dieser zwei Giganten. Wie immer, nach einem kurzen Intro. Auf der Coverpage sehen wir Vito und Badge, wie sie von den Bewohnern, die sich bei den Keimpiraten angesteckt haben, geküsst werden. Sie werden regelrecht überfallen. Wo zur Hölle soll denn diese Coverpage bitte hinführen? Wir sehen einige Geishas, wie sie die Shami Zen spielen. Dies wird im Anime sicherlich als Hintergrundmusik für den Kampf benutzt. Während Odin seine Männer für den Kampf vorbereitet, bleibt Toki jedoch im Schloss zurück, um auf Hiyori und Momonosuke aufzupassen. Toki stylt Hiyori mit einem Outfit, das ähnlich derer aussieht, wie Hiyori später als Komorazaki tragen wird. Währenddessen liest Momonosuke ein Buch über Kenyutsu, also Schwertkampftechniken. Zudem sehen wir Yasui, wie er in Richtung Oden Schloss reitet, um Toki, Momo und Hiyori zu beschützen. Oden und Kaido in seiner Drachenform stehen sich nun gegenüber. Kaido gibt zu, dass Oden ein Verräter in seinem Schloss hat. Hiermit können wir offiziell die Theorie begraben, dass Karit tatsächlich die Verräterin ist. Immerhin war sie damals noch nicht einmal geboren. Dies verstärkt aber die Theorie, dass es sich bei dem Verräter um jemanden innerhalb der neuen roten Schwertscheiden handelt. Wenn wir Kaidos Worte aber wirklich wörtlich nehmen, könnte dies auch eine Anspielung seitens Kaido sein, dass sich der Verräter jetzt in diesem Moment im Schloss aufhält. An wen ich dabei denke, erzähle ich euch später. Wir sehen Kaidos riesige Armee und die 9 roten Schwertscheiden machen sich bereit zum Kampf. Und Kaido sagt, dass alles was sie Oden vor 5 Jahren erzählt haben, nur gelogen war. Denn sie hatten damals einfach nur Panik. Hätte sich Oden mit Hiyori zusammengeschlossen, hätten sie Orochi und Kaido wohl besiegt. Kaido sagt, Oden sei weich geworden und dies wäre wohl seine Schwäche. Und sagt dazu, dass er damit gleich ist wie Whitebeard und Roger. Beides mächtige Piraten, aber weich in ihren Herzen. Kaidos Männer stürmen auf Oden zu, doch diese zeigt, wie mächtig er immer noch ist und haut sie alle weg mit seinen Schwertern und seinem Haki. Die 9 roten Schwertscheiden folgen daraufhin Oden direkt in den Kampf und man sieht ihre ernsten Gesichtsausdrücke. Wer von ihnen sollte wohl der Verräter sein? Yasui ist endlich im Schloss angekommen, um Toki, Momo und Hiyori zu beschützen. Yasui sagt sie müssten sich auf das Schlimmste vorbereiten, denn wenn Oden diesen Kampf verliert, ist Wano verloren. Und als er dies zu Toki sagt, seht ihr ihren Gesichtsausdruck? Der passt überhaupt nicht. Was will uns Oda damit nur sagen? Hat sie so viel Vertrauen in Oden, dass er niemals verlieren könnte? Weiß sie vielleicht mehr. Immerhin hatte sie ja auch eine Prophezeiung kurz vor ihrem Tod ausgesprochen. Oder aber ist sie die Verräterin, die Kaido erwähnte, die in Oden schloss ist? Vielleicht hat sie gar keine bösen Absichten, sondern hält sich nur an die Prophezeiungen vom White Century. Und sie lächelt, weil sie weiß, was passieren wird. Und Oden musste sterben, um alles ins Rollen zu bringen. Dies würde aber bedeuten, sie müsste jetzt noch leben. Und wie sollte sie die neuesten Informationen an Kaido ranbringen? Also ist das eigentlich auch schwer möglich. Oden wird von einem von Kaidos Männern ins Visier genommen mit einem Gewehr. Doch da kommt Shinobu die Retterin und rettet Oden das Leben. Oden erinnert sich noch an Shinobu, als sie noch eine kleine süße Kunoshi war. Und bevor ich es vergesse. Fuck off ist sie ein heißes Teil geworden. Erinnert ihr euch noch? Als Oden Oden aß auf der Leiche eines Mannes. Da weinte ein Mädchen, dass jemand auf der Leiche ihres Opas essen würde. Dieses Mädchen sieht genauso aus wie Shinobu. Als das kleine Mädchen kapierte, dass Oden aber nur seinen Respekt zollt, fing das Mädchen an Oden zu verehren. Und deshalb jointe Shinobu den Oni war Banshu um irgendwann Oden zu dienen, wie sie sagte. Die neuen roten Schwertscheiden müssen gegen King und Queen antreten. Interessanterweise sehen wir Jack hier gar nicht. Genauso sahen wir Jack auch nicht als Moria Kaido angegriffen hat, obwohl sowohl King als auch Queen zu sehen waren. Doch von einem alten Kapitel wissen wir ja, dass auch Jack wohl da gewesen sei. Zumindest war seine Silhouette damals zu sehen als Wano Kuni brannte. Doch wenn wir darüber nachdenken, Jack ist heute 28 Jahre alt. Heißt beim Kampf gegen Moria war er 5 und beim Kampf gegen Oden 8. Vielleicht war er für Kaido zu jung gewesen um gegen so starke Gegner anzutreten. Währenddessen löst Kaido einen Bower Breath und Oden kriegt diese Attacke direkt in sein Gesicht. Aber so wie es aussieht ist es für Oden keine allzu starke Attacke, denn er scheint kaum Schaden davon zu tragen. Was ein Tier von einem Mann! Oden greift Kaido an mit seiner Spezialattacke. Oden Nitoru! Togen Totsuka! Diese Attacke ist so verheerend, dass sie Kaidos Narbe verursacht, die er an der Seite seines Körpers trägt. Kaidos Männer sind geschockt von dieser mächtigen Attacke und gerade als Oden den finalen Angriff starten will, schreit plötzlich Momonosuke nach Hilfe. Oden dreht sich daraufhin um und diese Chance nutzt Kaido um Oden zu One-Shotten. Oden liegt nun blutverschmiert am Boden und erstellt sich heraus, dass nur die alte Hexe sich in Momonosuke verwandelt hat um Oden abzulenken. Doch wann hat sie jemals Momonosuke berührt? Diese ganze Szene lenkt auch die 9 roten Schwertscheiden ab. Ashura Doji wird sogar von hinten mit dem Schwert abgestochen, vermutlich von King wie ich raten müsste bei der Silhouette. Doch diese Hand die das Schwert hält sieht irgendwie seltsam aus. King trägt eigentlich einen komplett schwarzen Anzug mit schwarzen Handschuhen usw. Aber der Arm ist komplett weiß. War es vielleicht doch nicht King oder will Oda uns damit etwas sagen? Udon brennt. Oden und die roten Schwertscheiden werden gefangen genommen und die Bewohner in Wano reagieren eher kalt. Wir sehen nochmal einen kleinen Flashback wo wir sehen, dass Oden Shinobu deckt und behauptet er Kenne sie nicht und sie hätte nicht gegen Kaido gekämpft. Wir sehen sie danach in Wano umherlaufen. Wir sehen auch Odens Familie die immer noch auf Oden wartet, sowie Otsuru und Yasui. Interessant ist noch, Hiyori spricht im Originalen ihren Vater auf sehr höfliche Weise an mit Chichi Ue. Doch Komurasaki wo ja eigentlich Hiyori sein sollte spricht bei Oden nur von Chichi eine eher unhöflichere Form. Kann alles bedeuten oder auch einfach gar nix. Oden und seine Retainer wurden zum Tode verurteilt indem sie lebendig gekocht werden. Dies ist eine Referenz an Oden Spruch den er immer brachte. Oden wäre nicht Oden wenn es nicht gekocht und heiß verspeist werden würde. Oden ist für die die es nicht wissen ein japanisches Gericht. Das ganze erinnert an eine historische Geschichte und zwar die vom Ninja Goemon, welche zum Tode verurteilt wurde indem er lebendig gekocht wird. Einfach nur weil er es nicht schaffte Toyotomi Hideyoshi zu töten. Genauso wird Oden nun zum Tode durch Kochen verurteilt, weil er es nicht schaffte Kaido zu töten. Des weiteren sollte Goemon damals zusammen mit seinem Sohn hingerichtet werden, jedoch opferte sich Goemon und rettete so seinem Sohn das Leben. Genauso könnte Oden sich nun opfern, damit seine Retainer entkommen. Denn immerhin wissen wir ja wie es weitergeht. Die Retainer entkommen, kommen an Oden Schloss an, doch dies steht bereits in Flammen. Toki sendet Momo, Raizo, Kinemon und Kanjuro in die Zukunft, Kawamatsu kümmert sich um Hiyori, Inuarashi und Nekomamushi streiten sich vermutlich weil Oden sich für sie geopfert hat und Okiku bleibt in Wano. Nächste Woche gibt es eine Pause, ich denke noch ein zwei Chapter, dann ist der Flashback wohl vorbei sowie dieser Akt von Wano Kuni. Schreibt mir eure Meinung zum Kapitel unten in die Kommentare und es würde mich brennend interessieren, was ihr von Tokis Reaktion haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht einen Like sowie einen Abo da zu lassen. Schaut doch mal bei meinen One Piece Theorien vorbei und bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao!